Wir haben immer noch keinen Zugriff. Heut doch mal! Gut, ich lass dich. Na, das ist nicht gut. Na, das ist nicht so. Ich bin ein. 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 Any time it all. Cambria Watchers. Swiss made with accuracy and care. Cambria time. Your time. Ach komm, die können wir noch machen. Eine Mission. Dann wars das für heute. Hey, Funing, Funing, Funing. Kind of you to join me. Hey, care for some tea? Tu Jin Sao seems to be getting very comfortable in his new position as temporary chairman. Too comfortable. I hear that he is already planning to make it permanent, should Uncle Po not recover. Big smile, Lee will kill him before he'll let that happen. Indeed. And that would allow Lee to take over the San Onyi himself. But that can't happen. No, it cannot. Tu Jin must go. Dan hai, he must not be removed by force. He must step down on his own, after which there will be an election. Why would he step down? Tu Jin likes heroin. So far, he has managed to control his habit. Dan hai, anyone who indulges as he does, lives permanently on the brink of an abyss. Na, I've arranged for the quality of his supply to improve. And now, you will give him a notch. Over the edge. Okay. How? He is an immensely superstitious man. Hou mai sunga. Obsessed with feng shui. He cannot bear to have the slightest thing out of place for fear of the misfortune it will bring. And you want me to... Make sure his luck turns bad. Very bad. I like your style. I will. Hey, what's your problem, kid? Mrs. Cheng want you to talk to me. Hey, you broken-nosed guy? Mrs. Cheng said you were gonna do some home decoration. He told me to tag along. Give you feng shui advice. Feng shui ah! A lot of people live by it. Feng shui is huge in Hong Kong. You believe that? Yeah. I've been spending a lot of time reading about ghosts in the supernatural. I want to make sure nobody I kill can hurt me. Hehehehe. You know what I mean. Okay. I have not really watched what the old... ...shake shrikshraube told me. Goodbye Mr. Chow. Have a nice day. Ah, right on schedule. Usually goes gambling at this time. Two chid loses money fast. We better hurry up. Okay. Kommen wir jetzt ins Anwesen? We'll find a way in. Come on. Okay. Wait. You think we can get over the war with the neighbors? Ah, okay. Who's this? We got a delivery for you? Really? My husband didn't tell me. He better not have ordered something stupid from the internet again. That's good. You got all kinds of skills, don't you kid? Reminds me of myself when I was your age. Less salty. I bet you're smarter. But probably not as tough. No. I pulled a muscle dill. You lay low me. I didn't even know I had a muscle there. God. For what can you be here? You've got something here. We need something here. Have you heard of a grandmother? On my step. Like a real one. Not a sex one. It's always happening. Just as any professional employee. Gar nichts, wirklich. Absolut gar nichts. Okay. What are you doing here? Delivering to Chin's new package. You want to tell him you turned us away? Oh, sorry, sir. Carry on. It's so easy. So, what are you doing here with the camera? And the Tresor, the Tresor is there right there. I'll come here right now. The camera is here at the top. Wenn wir dort hineingehen, sind wir sicher schon. Zu weit. Komm schon. So. Das muss sein, hier kommen wir wahrscheinlich nie mehr wieder rein. Haben wir? Hong Kong Superhacker. Nice. Okay, die Statue ist drinnen. Das hat niemand gehört. Ich glaube, du bist ziemlich talentlos. Oh, okay, sicher. Du auch, Sante. Wait a second. Okay, hier gibt's nichts. Uh, nice Schlussknacken wieder mal. Hey. Hey. You want me to kick the door down? Hurry up, kid. I think I see a gun. Okay. Alles gut. Shhhhhh. Leise. Hey. 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 If I were him, I spend my money differently. Alright, Salty. You're the expert. What are we doing? I'll attend you, huh? We're fucking with his stuff to make it seem like there's ghosts that don't like him. What about those vases? Good idea. Maybe just me four. Four is an unlucky number because the word sounds the same as death in Chinese. I don't care about that, but shouldn't we try something else? Heh. We're some pretty unoriginal ghosts. So, okay. Vielleicht bekam ich ja noch mehr Punkte. Wahrscheinlich nicht. Aber egal. Das war's. Fällt übrigens auch nicht auf, dass wir die ganze Zeit mit so Hongkong-PD-Sachen... Ernsthaft, die Schlösser dann zu hacken und Kameras. 444. 444. Stoff! Bist du? Bist du? Wo ist er? Nur kaputte Vasen. Musste sein, sorry. Ist er schon gehackt? No. Mal schauen, ob er wirklich Angst vor Geistern hat. Oh, das war's. Die Karte! Die Karte! Was I've been rigged I never had a game like that before never what's home love me see you come Yeah, why why did you stop me it's your job to protect me isn't it fucking rodent What is this Galen tour look at this How can you let this happen it's all gone to shit gone to shit what do you want us to do boss get out get out i need to think Wait god left their car let's check it Wait 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 let's take the god's car Ah damn wolf I always wanted to give myself one of these One of these? Really? Ah yeah okay bad idea You're a strange guy with salty crap Thanks that means a lot to me Oh shit Ich sollte nicht hier lang fahren Ich hab's gemerkt Deshalb stand das Auto auf dem anderen Weg Ich hab's gemerkt Ich hab's gemerkt Hat niemand gesehen! Nice work kid, you've got your salty style! I comes in! See you later kid! See you later alligator! Nice, jetzt haben wir das auch endlich geschafft. Die Sachen hier erledigt. Wow, 500 Hong Kong Dollar! Er ist tot. Wir machen Arrangeungen für die Feinde. Nein. Natürlich. Alles was du brauchst. Wer bist du? Dr. Tang, ich fühle mich für die Sonne von Yi. Ich versuche ein neues Tracking-Device. Kannst du mir eine Hand geben? Was musst du? Ich setze den Tracker auf eine Test-Package. Ich brauche euch, zu sehen, ob ihr ihn folgen könnt, als es auf dem Seuss fliegt. Der Seuss? Ja, wenn es funktioniert, dann können wir Drucken und Schäden hierher gehen. Ja, sicher. Keine Ahnung, dass du nichts gehst. Das wird dich verraten. Du schraubst in, wo auch du bist und holst ihn, wo du es brauchst. Ich könnte hier nicht durchfahren, Leute. Das ist so vom Spiel geplant. Ja, eben. Wie gesagt, schau ich um den Uncle Poe. Ich mochte den Typen nicht. Aber ja, hier muss irgendwie jeder sterben. Wie es mir fast scheint. Willst du mich jetzt verarschen? Ernsthaft. Was war das bitte für... ...manchmal. Guck! Seicester. Wie soll der WM? Hm. Shit. Ich bin faszge gekommen. Da hat mich die Polizei abgelenkt. Könnte noch etwas dauern, bis sie das erledigt haben hier. Und eigentlich habe ich zwar gesagt, ich möchte nichts mehr machen. Aber ja, wenn das gleich um die Ecke ist, kann ich fast nicht anders. Ja, ich habe es geschafft. Ich muss exakt diesen Punkt befolgen, den ich einfach im Kreis fühle. Okay, ist gut. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Okay, gut, Touristenoutfit 800 $. Ich würde sagen, ich fahre nach Hause und dann war es das. Drei Stunden aufgenommen, reicht für heute. Mal schauen, wie weit wir gekommen sind, was uns so noch fehlt von den ganzen Kleinigkeiten. Gibt es ja irgendwo die Stats, die man anschauen kann. Aber erstmal jetzt hier das Aquarium anschauen und den Jacuzzi. Und was anderes anziehen bitte. Geht ja gar nicht. Geht. 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 Druckstufe. Arztkittel. Arztkittel. Durchsichtig. Alles bedeutet, kann man absurde sein. Ich würde einfach mal ein bisschen einfach mal ein bisschen tuieren. dann hier das schöne Aquarium mit dem einen Fisch. Ok, zwei Fischen. Schön. Da drüben der Jacuzzi. Kommst du da auch wieder? Wollte schon sagen. Dann würde ich kurz schlafen gehen, speichern. Ja, dann war es das für die heutige Aufnahmesession. Wir haben ziemlich viel gemacht. Ich speichere jetzt wie gesagt hier das Spiel noch kurz ab. Und dann schauen wir mal gemeinsam auf die Statistiken. Abgeschlossene Events. 22 von 28. Erledigte Gefälligkeiten. 32 von 36. Erledigte Jobs. Fast 30 von 50. Gemeisterte Missionen. 24 von 30. Geheckte Kameras. 26 von 26. 26. Hä? Was heisst das denn? Aber dann habe ich wahrscheinlich einfach bei ein paar Kameras die Leute noch nicht verschlagen. Abgeschlossene Fehler. 3 von 4. Nahkampf-Upgrades. 10 von 12. Kopf-Upgrades. 10 von 10. Energydrinks. Ja, Lebensmittel. Bla, bla. Netzspielgewinne. Absolvierte Rennen. Absolvierte Rennen. Da finden uns noch 3 Stück. Storyvorschritt. 80%. 18 Stunden 15 gespielt. Triaden-Upgrades. 6 von 10. Ja, das andere hier ist nicht so spannend. Wie viele Schüsse Weltverhaftungen. 2 Stück. Sieht gut aus. 80% des Hauptspieles haben wir. Pickups, Kennedy Town 30 von 30, 100%. Central 45 von 53. Eberdienst 26 von 29. North Point, da fehlt uns noch am meisten. Aber gut, Kennedy Town haben wir schon mal abgeschlossen. Gesundheitsschreine, da fehlt uns noch ein einziger in Central. So ist alles abgeschlossen. Alle Kameras. Die Tresore, die sind noch ein bisschen was. Ein bisschen Arbeit. 23 von 30, 12 von 15, 27 von 40. Könnte ich natürlich mal eine Special-Folge einplanen, wo ich wirklich nur solche Sachen mache. Vielleicht mal schauen. Auf jeden Fall sieht das ganz gut aus, wie wir hier unterwegs sind. Eine Statue könnten wir noch zurückbringen, dann hätten wir auch hier alles. genau, ich würde sagen, somit vielen Dank fürs Zuschauen und mit dieser Aussicht hier verabschiede ich mich. Na gut, Aussicht auf die Stadt und auf den knackigen Arsch von Weishen verabschiede ich mich für diese Folge von Sleeping Dogs. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.